Herzlich Willkommen Leute, heute das Update Video zum Thema Auswandern in die Schweiz. Ich wollte mich erstmal bei allen Leuten bedanken, die mir da Hilfe angeboten haben. Ich habe ziemlich viele Hilfsangebote gekriegt. Ich habe viele Leute geschrieben, dass sie mir Wohnraum zur Verfügung stellen. Und dafür natürlich herzlichen Dank. Das ist super nett von euch, das hat mir natürlich mega Sicherheit gegeben. Und ich habe mir das auch alles abgespeichert, falls ich darauf zurückgreifen möchte und falls sich doch irgendwas ergibt. Aber erstmal ist das auf Eis gelegt mit der Schweiz. Das wird wohl nicht klappen. Und ich werde euch hier sagen, warum das wohl nicht klappen wird. Der erste Punkt und der Hauptgrund ist das der Währung. Ich habe das ja schon im ersten Video erzählt, dass ich wie gesagt nur Euro verdiene. Und in der Schweiz sind Schweizer Franken. Das ist mir damals schon so seltsam vorgekommen. Ganz genau die Schweiz habe ich mir ausgesucht. Und ganz genau in der Schweiz, die mitten in Europa liegt, gilt nicht der Euro. Die Schweiz gehört nicht zur EU, falls das jemand nicht weiß. Ist aber in Europa, gehört aber nicht zur EU und hat auch keinen Euro. Und ich habe halt YouTuber angeschrieben, die in der Schweiz leben und auch mit Amazon oder YouTube Euros verdienen. Und die haben mir dann geschrieben, ja das ist tatsächlich so, dass man Euro verdient und das muss man dann umtauschen. Ja, in Schweizer Franken. Und das kostet wiederum Geld. Und bei denen ist das halt natürlich so, dass die das irgendwie, die können das ein Jahr lang zusammensammeln und dann einmal umtauschen. Ja, und bei mir würde das ja nicht gehen, weil ich verdiene nur Euros. Ja, und die verdienen nicht nur Euros. Die haben hauptberuflich irgendwie noch einen anderen Job und verdienen Schweizer Franken. Und diese Sache mit den Euros nur nebensächlich, dann ist klar, dass das funktioniert. Aber wenn man nur Euros verdient, dann ist das tatsächlich ein ganz schönes Problem. Weil du jeden Monat das Geld umtauschen musst. Ja, und das kostet dich wiederum Geld. Und ja, als wäre das nicht alles schon teuer genug. Und von daher ist das ein ganz schönes Problem. Dann die nächste Sache. Aufenthaltsgenehmigung werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen, weil ich habe mich im Internet nochmal genauer informiert. Und da wird wohl gesagt, dass es in der Schweiz so abläuft, dass du beweisen musst, dass du dich selbst versorgen kannst. Und da gibt es halt irgendwelche Zahlen stehen im Internet. Irgendwas von 3.500 Euro Minimum muss man vorweisen. Und so viel Geld verdiene ich nicht. Von daher werde ich wohl keine Aufenthaltsgenehmigung kriegen. Ich lese überall und habe von allerlei Leuten auch geschrieben bekommen, dass die Schweizer keine Deutschen mögen. Ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich Deutscher irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht gelte ich auch komplett als Deutscher. Aber normalerweise bin ich ja Kasache. Ja, also wenn man das nicht versteht, dann sagt man Russe. Aber das, was ich meine, ich habe das schon gelesen im Internet, auch verschiedenen Artikeln, dass die Schweizer keine Deutschen mögen. Ich habe auch YouTube-Videos geguckt über das Auswandern in die Schweiz, dass die Leute irgendwie immer aus dem gleichen Grund wieder zurück nach Deutschland gehen. Weil die nicht damit klarkommen, dass die Schweizer die Deutschen nicht mögen. Und das, was ich nicht verstehe, das könnt ihr mir ja irgendwie vielleicht sagen, es steht nie ein Grund dazu. Ja, warum mögen die Schweizer die Deutschen nicht? Ja, warum? Ich verstehe es nicht. Es steht nirgendwo. Keiner sagt einem, warum das so ist. Ja, die sagen nur einem, dass es so ist, aber nicht, warum es so ist. Ja, kann ich irgendwie voll nicht verstehen. Gab es irgendwie in Kriegszeiten irgendwas da? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Also, und wie gesagt, allerlei andere kleine Gründe, dass da, wie gesagt, wenn du irgendwo wohnst, wo Riesenberge sind, dass da Sachen sind, an die man nicht denkt. Zum Beispiel, dass das Haus im Schatten liegen kann, den ganzen Tag lang, weil die Sonne läuft halt so und der Berg, ne, der ist höher als die Sonne und dann siehst du das Tageslicht gar nicht. Ja, irgendwie sagen wir ab 12 Uhr oder sowas liegt deine Wohnung oder dein Haus im Schatten und das war's. Ja, du bist so gesagt die ganze Zeit im Schatten. Und solche Kleinigkeiten halt, dass es da auch nicht mehr so sauber ist wie früher und so. Und auf jeden Fall, aber wie gesagt, die ersten zwei Gründe, wegen der Währung und Aufenthaltsgenehmigung, das ist, ja, das ist so das Problem, woran es scheitert. Und ich lasse das Schweiz-Video natürlich oben. Ja, ganz klar, Schweiz bleibt für mich so und so immer noch interessant, ja. Wer weiß, was sich da irgendwas irgendwann mal entwickelt, vielleicht in 10 Jahren oder so. Man kann nie wissen, von daher bleibt das Video trotzdem oben. Und das Video hat sich trotzdem für mich gelohnt, wie gesagt, die ganzen netten Leute, die mir geschrieben haben. Und der Rückhalt, den ich da gekriegt habe, ist natürlich absolut awesome. Und, ja, wie gesagt, falls mal irgendwann doch Interesse besteht, kann ich immer wieder das Video gucken und mir nochmal auffrischen lassen, warum ich dahin auswandern wollte. Aber wie sieht es jetzt aus aktuell? Es sieht so aus, dass ich wahrscheinlich, wie gesagt, hier bleibe noch den Sommer und dann, ja, nach Deutschland gehe. Ja, zurück nach Deutschland. Von daher, Leute, ja, wollte ich nur kurz Bescheid sagen. Ich kriege, wie gesagt, täglich immer wieder neue Hilfsangebote. Von daher wollte ich hier das mal so ein bisschen abschütteln. Ja, dass ich, wie gesagt, da erstmal keine Hilfe brauche, was das angeht, weil das höchstwahrscheinlich so und so nicht klappen wird. Von daher, Leute, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was mit Schweiz abgeht und den aktuellen Stand und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Peace.